moin moin leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge rocket league mit dabei mal wieder der fahlwolf und der core und ich fahr wieder voll daneben was auch sonst das würde ich auch mal ganz gerne wissen für die qualität der aufnahme ist ein bisschen besser als in den letzten folgen da waren ja der kater unterlass mal relativ leise das ist denn hier los alter oder kommt genau drauf ja wenn ihr wenn ihr echt mal die alten folgen verfolgt und die neuen folgen verfolgt dann merkt ihr wie die die qualität des spiels auch besser geworden ist denke ich auch sehr schön karte alles war ich auch noch dran was mache ich denn hier neue winkel eröffne neue chancen was neue winkel eröffne neue chancen ja danke ja heute guck dir mal wie geil das war spring noch nicht mal mehr drehen müssen was was los konzentriere mich und seiner fliegenden autoleiche autoleiche was ist denn eine autoleiche er konnte ja nicht als das auto ja wie auto so sehr schön und leiche wie er war und nicht kontrolliert also erst geflogen halt ne so einfach sowieso nicht wow das ist ja im gegnerischen team ist sissi aber ne der simon franz ist nicht da aber der simon der mir eingefallen ist also ich habe an einen anderen gedacht nach welchen denkst du an den ersten ich denke ja wer ist das denn simon geholt was ohne ich habe ich habe mit k und heute gedacht ja das ist mir der erste der eingefallen ist ah kam leider nicht durch ja scheiße ich habe den bus doch ja bus boom vorlage ja hallo weißt du wie du die folge nennen musst wie denn core der teppich normal geschrieben und dann vorleger in caps ich glaube ich bin die folge er simon gose johann wenn uns das nicht klicks bringt klick bei tippel alter ja ja genau wir nennen ich nenne die folge ja sehr schön ich nenne die folge einfach rocket league mit simon gose johann aber was ist simon in caps und dann gose johann normal geschrieben ja klick bei tippel aus das sind zwei leute rausgegangen ja sehr geil ja ich habe das gar nicht gesehen wieder ich sprich einfach so aber der bett will der bett will nicht aufgeben naja er geht sogar vom tor weg alter nicht sein ernst jawoll mann und das in der aufnahme alter das ist doch wahnsinn das ist doch wahnsinn meinst du er hat gemerkt dass er alleine ist jawoll vorleihe ja die ganzen tore der der lasse in den letzten spiel nicht schießen konnte schießt er jetzt das gibt es doch nicht sehr schön normalerweise kommt auch ein jawoll der muss richtig angefressen sein das ist doch nicht der lasse war wieder hinter mir schießt er und ich möchte auch ein hat trick haben ja ich dir jetzt würde ich leider aus dadurch ist gerade sogar noch letzter geworden ich habe eine kiste triumph gekriegt als du hast 80 punkte ja du hast genauso viele punkte alter wie unser video auf youtube gebracht wird mit 1080p wird jetzt mal ein neues spiel suchen halte er war jetzt gerade ich bin die ganze zeit schon am klicken ich mache jetzt immer zufall welches fahrzeug ich als nächstes nehmen ja das mal jetzt auch für jedes fahrzeug das ich besitze habe ich eine klasse gemacht ich nicht für alle ich habe nur die genommen die ich gut finde und ich glaube ich habe ich habe oh ja guck mal was ich habe ich habe den triton guck mal was ich habe sehe ich nicht rechts neben dir ja ich kann dich nicht sehen alter jetzt hier barm junger war junger okay wir spielen gegen christiano ronaldo da können wir die folge noch klickbait mäßiger aufziehen ja ne zocken mit christiano ronaldo und simon gozio an da hat der ball gefällt mir gar nicht er hat es versucht er hat es versucht alter respekt dafür der reingegangen wäre ich habe das voll gefeiert oh shit so wollte ich den gar nicht na pass auf der ja der mr oft kommt wo wiet sorry ich habe dich nicht gesehen ich war rückwärts ich habe ich gesehen das wollte ich habe gebremst schon aber ich habe ein bisschen zu viel schwung alter scheiße falsche sehr gut gemacht janik geblockt ich wollte dich anschubsen nicht so mein freund ja sehr schön der geht rein der ist drin nein doch der voll sehr nice dass dieser fette roadhog sich überhaupt in die lüfte erheben kann ich bleibe auf dem boost point stehen weil ich wusste das wird was ja ich habe die gegner gesehen wir sind nicht losgefahren sind nicht richtig ich habe null punkte alter was ist denn los du musst losfahren du musst losfahren nicht nicht so eine scheiße hier machen guck mal was der macht jetzt habe ich zehn punkte das wieder dieses ding gemacht weißt du schießen drauf springen dass da dann reingeht was aber nichts dafür gekriegt glaube ich falsche richtung glas genau richtig verdammt da waren sie im weg sonst wäre reingegangen glaube ich na alter was mache ich denn ich habe keinen boost leute ich schon aber los los nein der hat mich angefickt ich bin wieder so scheiße über die kante vorne gefahren ja ich dachte du stehst dahinter perfekt deswegen bin ich nicht an den ball gefahren weil ich hatte es versaut ja er wäre so oder so reingegangen wo da hat er es wieder versucht ja ich habe einen aufgehalten Nein, jetzt geht er aufs Tor, Alter, das gibt's doch nicht. Oh, Mann, ey. Guck mal, er schreibt selber guter Schuss und dann danke. Idiot. Guck mal, ist dein Bild an. Das darf nicht wahr sein, dass er dazwischen war. Ja. Nein. Nein. Ich bin im Feindschaft gesprungen. Nein. Nein! Ach mein Gott, was. Alter, das gibt's doch nicht, Mann. Naja. Oh, ich bin aber richtig nubbelig in diesem Spiel. Verdammte Scheiße. Haben wir nicht was mit links gesagt? Das spielt jetzt bei den 30 Sekunden auch keine Rolle mehr. Ja, komm. Ich muss wahrscheinlich auch stehen bleiben. Jawoll. Ein Tor können wir noch. Ist ja egal bei 30 Sekunden. Haben wir nicht gesagt, unter einer Minute, wenn wir zurückstehen, gehen wir alle vor. Scheißegal, was ist. Ja, dann fahr halt nicht, ey. Meine Güte. Hat gerade Pling-Pling gemacht. Zeigt er mir seinen Arsch, dann will er mich verraschen. Da waren Bronze dabei. Nein, bei mir sind die alle Gold. Christiana Ronaldo ist doch nicht Gold, das ist doch Bronze, oder? Äh, Gold 1. Achso. So, eine können wir noch, oder was? Was habe ich denn jetzt für ein Auto? Keine Ahnung. Sippia ist er, glaube ich. Toffenboff. Du hast Toffenboff? Oh, da. Oh, da. Toffenboff. Das war ein Tor-Schuss? Willst du mich verarscht? Ja. Oh, sorry. Das war ein verkackter Tor-Schuss. Alles gut. Toffenboff hat sich erstmal auf die Schnurze gelegt. Fuck. Jawoll. Schön. Hat er den aber gut vorgelegt, ja? Ja. Hypokrit und Spirit Wings. Kommt in die Mitte. Ja. Oh, nein. Krake. Krake. Richtig Krake. Fuck. Mitte. Ja? Oh, scheiße. Oh, scheiße, was mache ich denn da? Na? Jawoll. Topfenboff. Oh, nee, ne? Spiegel an mir vorbei. Oh, fuck. Sorry. Du bist mir voll, voll die Linse gefahren, Alter. Ich habe die überhaupt nicht gesehen. Ich habe gerade mich geboostet, ey. Ich habe gerade durchgeboostet, wollte den Ball treffen. Kommst du auf einmal? Ich habe die überhaupt nicht gesehen. Alter. Ja, wieder. Alter. Alter, ist nie los. Mein Auto ist da noch auf der Stelle rumgedreht. Na. Jawoll. Hat er mich weggeschubst, damit er mich an, damit er drankommt. Aber ich glaube, du warst von der Position her auch nicht gut. Doch, ich war super. Das ist egal. Vollkommen scheißegal. Geh weg. Man sollte vielleicht nicht unterm Ball herfliegen. Fuck. Los, Kader. Oh, nein. Nein, da war ich zu schnell. Die Hitbox von dem Auto ist halt ein bisschen höher, ne? Das ist kacke. Ja, scheiße. Topfen-Boff. Fällt der mir auf den Kopf. So, jetzt nicht das gleiche, wie gerade eben, wo wir 2-0 geführt haben und am Ende 4-3 verloren haben. Wie die manchmal da rausgeschossen kommen. Ja. Ah, hereingabe und dann bist du gestört. Nein. Ich bin hängen geblieben. An einem. Ja, schön. Jawoll. Spirit Wings. Spirit Wings. Ach, kacke. Kraake. Oh, oh. Nee, doch nicht. Der sah gefährlicher aus, als er war. Ich bin im Tor. Bin nicht mehr im Tor. Scheiße. Und jetzt hätte ich im Tor bleiben sollen. Mann. Das ist kacke, ist so geil. Ja. Das ist kacke, ist so geil. Ja. Das ist immer so geil, ey. Kimuak. Jawoll, ey. Ich hab dich auch links gar nicht gesehen. What the fuck? Wo kommt der denn her? Ich hab dich aber auch nicht wirklich wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob ich dich gesehen habe. Ich hab dich auf jeden Fall, wenn ich dich gesehen hab, dich wahrgenommen. Ja, ja. Das war bei mir bestimmt genauso. Der hatte so einen Ballfokus aufs Tor, ey. Oh ja, der war schön. Der war also herrlich, war der. Herrlich. Da hat der Hypokrit einen Fehler gemacht. Ein Hypokrit hätte den rausholen können. Ja. Vorne links fährt. Wow. Not bad. Ah, fuck. Oh, der ist über mich drüber gelegt. Der Hypokrit. Macht der nur kritische Attacken, oder was? Ja. Der macht nur Kritz. Oh nein. Oh, scheiße. Oh, scheiße, ich hab ihn hochgelegt. Ah, Toffenboff. Nee, ich glaube, das war ich. Ja, Toffenboff, sag ich doch. Nein, 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 guck mal. Ich glaube, wir sind beide. Ich weiß, was ihr meint. Ich bin auch. Ich weiß, was ihr meint. Lars war es, aber meine Güte. Wir müssen. Manni, rühr den Beton an. Wir müssen es nicht machen. Au. Angriff kann auch die beste Verteidigung sein. Manchmal. Auch nicht immer. Au, ich wurde gehittet. Hat mich getatscht. Nein, das ist schön, dass der Ball jetzt da hinten ist und erst mal da hochrollt. Ja, einfach. Jo. Mach ich. Ja, meine lieben Zuschauer, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Was für ein Quatsch, ich da wieder erzähle. Egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge Rocket League. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Du bist bei der Freilichtbühne, ja. Tschüss. Spacko.